Schon einige Zeit bin ich auf dem Yoga-Weg. Yoga ist ein Geschenk. Auf der Suche nach dem Geist des Yogas habe ich Lehrer und Meister besucht. Yoga ist das Leben. Was bedeutet Yoga für dich? Wenn wir in die Yogageschichte gehen, sehen wir bei der Wurzel von Yoga ein wichtiger Gedanke, nämlich Tapas. Yoga ist der Weg zu unserem Inneren. Kommst du mit auf die Reise? Tantra spannt einen Bogen zwischen dem Menschen und dem Göttlichen. Atem ist das Geschenk des Yogas, wenn überhaupt. Tantra hat eine Vorstellung hervorgebracht, die mich auch sehr beruhigt, die ich sonst aus dem Yoga gar nicht kenne, von Kula, einer Familie, Bewusstsein. Wie der Vater, Energie wie die Mutter, kümmern sich um mich als Schöpfung. Halte inne und beginne den Weg nach innen. Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020